Okay, so. Was denn? Ah! Das ist ja keiner in der Nähe. Das stinkt jetzt. Hier mit Jarrett ist live vom O-Betreffen mit einer schönen Glückwunsch. Das stimmt doch nicht. Ja, das stimmt doch nicht. So, wir haben auf jeden Fall es gesehen. Noch mal ein riesen Dankeschön. Und schmeckt's dir? Ja, ja. Sehr schön. Okay, wir machen weiter im Takt. Noch mal ein riesen Applaus hier für Evel Jarrett. Ja, hat da so ein bisschen unser Zeitfenster gesprengt und er hat hier tatsächlich gerade eine Glühbirne gegessen. Und, ähm, Holla die Waldfee. Ja.